Leute, ich habe mir was überlegt, ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall herzlich willkommen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute auf dem Programm haben wir ein komplettes Commander Master Set Booster Display, also 24 Booster insgesamt. Und ja jetzt ganz kurz als Intro, wie gesagt, ich habe mir was überlegt, der Videotitel, ja, verrät ja auch schon ein bisschen was. Vielleicht habt ihr mein Sammler Booster Unboxing gesehen, ich sage mal so, das ging jetzt nicht viel besser. Und da das hier eben Commander Masters eine Reprint Edition ist, habe ich natürlich auch schon einige Karten bei mir in der Sammlung. Also habe ich einfach mal überlegt, was könnten wir heute für die Community machen. Und ich wollte das Ganze wirklich schon immer mal machen. Und weil das einfach so gut lief, ihr auch super viele Kommentare dagelassen habt, das unterstützt das Video natürlich auch super krass, komme ich gleich nochmal zu. Also ja, ohne euch würde es die Videos hier gar nicht geben, da würde ich gar keinen Sponsor haben, wenn ihr nicht als Community immer mit dabei sein würdet. Deswegen gibt es heute wirklich dieses Video exklusiv nur für euch. Alles, was ich hier aufmache, das gibt es heute im Giveaway. Alle Infos auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und das wollte ich halt wirklich schon lange mal machen. Und das hat sich einfach angeboten. Die Sammler Booster waren nahezu perfekt, also richtig krass, super, super stark. Ich habe nahezu alle Karten, ich habe es erwähnt, das Great Henge hätte ich jetzt schon ganz gerne. Aber ja, auch wenn das jetzt hier drin ist, Leute, heute ist wirklich alles für euch. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ansonsten, ja, kleines Unboxing, so zur Unterhaltung. Jetzt wirklich maximal zur Unterhaltung. Leute, ja, natürlich, also ich sage mal, drückt mir die Daumen für euch. Ich hoffe, ich mache geile Karten auf. Und ja, ein komplettes Display, komplett OVP verschweißt. Ja, Leute, machen wir das mal auf. Oh, komm, hoffentlich noch mal ein paar geile Karten. Hm, das wäre doch richtig gut. So, das sind die ersten zwölf und die zweiten zwölf Booster. Legen wir mal zur Seite. Und dann geht's los. Ja, Leute. Also nochmal fettes Dankeschön an euch. Und ja, doch, eine Sache hatte ich noch. Wenn ihr mir einen Gefallen tun möchtet, hier um dieses Video zu pushen auch natürlich, lasst mir einen Kommentar unter dem Video da. Das wäre wirklich richtig, richtig gut. Ich stelle einfach mal eine allgemeine Frage. Mal schauen. Hm, Leute, muss nicht aus Commander Masters sein, die Karte. Welche Karte ist euer Lieblings Commander? Unter allen Magic Karten, ich will jetzt alle Lieblings Commander hier in der Kommentarsektion sehen. Das wäre richtig edel von euch. Ja, Leute, euer erstes Booster. Ey, schauen wir mal. Boah, hab ich richtig Bock drauf. Ach, schöne Ebene. Oh ja, direkt mein Signet. Oh, der erste Slot ist ja auch direkt super interessant hier. Ich habe auch schon ein paar Set Booster aufgemacht. Der erste Slot kann direkt, ja. Ja, wie gesagt, sehr interessant sein. Oh, Petschaft für die Commander-Sammlung. Leute, ich mache euch mal eine schöne Commander-Sammlung. So ein Anfang. Oh, so ein bisschen Removal. Oh, für den Enchantress-Part. Nehmen wir mit. Solring kann man nie genug haben. Nehmen wir auch mit. Kleiner Mühe. Rishka. Gedownshifted. Du warst ja vorhin eine Rare. Ach, für die Elfen-Sammlung. Ja. Ah, Daretti. Ja, Leute, das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Rishka ist natürlich bei mir in der Elfen-Sammlung. Daretti. Supergeile, spielbare Karte. Habe ich aber auch schon als Commander. Sogar das komplette Deck schon gebaut. Also ich glaube, wir können das gar nicht hier besser machen, als dieses Display an euch zu geben. Magus des Rats. Oh, Moment. Das war doch das Booster mit dem... Ne, ich wollte ja jetzt nicht spoilern, ne? Ihr habt doch das Sammler-Booster-Unboxing gesehen, ne? Ich glaube, hier kann nicht noch ein Lotus... Komm. Hä? Hahaha. Nein. Wie? Und ich wollte nur sagen, Moment, Leute. Habt ihr das Video gesehen? In dem Booster mit dem Magus war mein Lotus drin. Ja, ein Lotus für die Community. Lach. Wie geil. Da ist das auch noch so ein richtig geiles Display jetzt. Oh, das wäre sowas von das ultimative Unboxing. Leute, bitte lasst mir einen Daumen und einen Kommi da. Daumen, Kommi, Follow. Drückt einfach alle Knöpfe. Einfach alle Knöpfe. Hahaha. Geil. Hammer erstes Booster. Hammer erstes Booster. Oh, wie geil. Oh, da freue ich mich. Ich will euch natürlich jetzt auch im Giveaway nicht nur so... Ne? So, so Random-Karten quasi anbieten. Ja, da drückt man Lotus. Ho, ho, ho. Mh. Oh, das schmeckt. Schöner Sonnenring. Ho, Looting. Der Riese. Hammer. Noch ein Signet. Oh, Lightning Greaves. Auch immer gut in der Sammlung. Nehmen wir Tatjowa. Jedora. Das Experiment geht stärker. Hahaha. 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 Am Moment, die Token sortiere ich mal nicht raus. Ihr kriegt ja wirklich jede Karte. Ey, also ich glaube, die Doubling-Season und der Lose... In den ersten beiden Boostern. Ist ja insane. Ja, würde ich sagen. Ja, das Giveaway lohnt sich, ne? Ey, das lohnt sich doch. Asusa. Das ist aber ein schönes Artwork. Nice. Boah, schöner Sumpf. Leute, ich weiß nicht, ob das noch besser geht, ne? Also... Boah. Da habt ihr aber den Solring, den Command Tower, Signets. Ey, alles am Start. Schönes Removal. Boah, da kann man was mitmachen. Da kann man was mitmachen. Godo. Ne Taser. Boah, guter Commander. Spiel ich sehr gerne. Nice. Ne Almosensammler. Boah, die Rares kommen aber rein. Hamza. Und oh, noch ne Listenkarte dahinter. Boah. Vierfach Rare. Fünf. Fünffach Rare war das Booster. Uiuiui. Uiuiuiui. Leute, was war das denn für ein Start? Das war ja absolut krass. Die Rücker haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Oh Leute, ich bin absolut Hype. Das ist noch geiler, nur für euch das aufzumachen. Es macht noch mehr Spaß. Richtig, richtig geil. Zorak. Auch damals noch ne Rare. Movu. Was? Das gibt's doch nicht. Was ist das für ein Booster? Oder was ist das für ein Display? Noch die Hetzjagd. Noch ne Ula. Das ist ja insane. Das ist ja insane. Boah, Hetzjagd. Und nicht die stärkste Fäule dahinter. Leute, was ist das denn für ein Anfang hier? Was? Ui. Ui, 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 ui. Ah, da freu ich mich mal. Leute, das muss ja einfach Schicksal sein. Die geilsten Karten für die geilste Community. Ich weiß nicht. Ich hab die Regeln nicht gemacht. Das passiert hier einfach so. Befehlsturm. Boah, ein nettes Display bisher. Was haben wir noch da hinten? Ein Urza in Porträt. Was geht denn ab? Das sind doch keine Sammlerbooster. Das sind nur Setbooster. Ich mein, wir haben auch schon mal drüber geredet. Aber nochmal ernst an der Stelle. Es ist wirklich super, super teuer. Das waren nämlich die ganzen Kommentare, die ihr da gelassen habt. Ey, vielen, vielen Dank dafür. Ey, so gut. Also Leute, das war richtig, richtig gut. Da waren wir wirklich einer Meinung. Nicht schlecht. Noch ein Schwert der Animistin dahinter. Ey, noch den Urza. Ey, das ist ja, das ist ja, also. Huhuhuhu. Huh. Ja, Leute. Ja, ey, nicht schlecht, dass ich immer Glück hab, ne? Ist das Raga-Wahn? Du bist doch nicht hier drin, oder? Ne, der Schatzmopser. Der Schatzmopser? Was? Wer? Ey, Leute, ich weiß nicht, was ich hier noch finden kann. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir hatten Lotus, Doubling-Season, Ulamog-Urza. Ja. Das ist schon ziemlich gut, würde ich sagen. Ein Nekusa. Eine Confluence. Häuptling. Und ein Eldrasi-Tor. Ja, okay, das war ein Booster zum Runterkommen. Das war ein ganz gemütliches Booster. Wir sind ja noch nicht nur durch die erste Hälfte durch. Und das ist jetzt schon crazy. Bin gespannt, ob da noch was kommt. Dynamo geht auf jeden Fall für die Kommandation. Kommandasammlung. Den kann man immer zocken. Genau wie den Stein. Nice. Ich habe es ja bei den Sammlerboostern schon gesagt. Auch die Kammkarten oder die Ankammkarten in dem Fall können auch hübsch aussehen in einem Deck, ne? Warum nicht? Also muss natürlich nicht sein, aber ich spiele die Karten sehr gerne. Judith. Auch eine sehr coole Karte, wie ich finde. Joyrael. Oh, geschenktes Stahl. Oh, du bist eine Rare. Du bist geabschiftet. Gibt es das Wort bei Magic? Geabschiftet. Das war mal eine Ankammen. Oh, so eine gute Karte. Egal, dass die auch noch mit dabei ist. Geißel des Throns. Ja. Rohrix in Foil. Und ein Elementarwesen. Da geht aber noch was. Oh. Ja. Ja. Die Katze hat die Displayverpackung gefunden, die ich neben mich geworfen habe. Setz dich mal rein. Die hat die richtige Größe. Genau. Mach du mal. Oh, herrlich. Die Box behalte ich, ne? Leute. Die Box vom Display. Ich schicke euch dann nur die Karten. Nur. Nur. Oder ich mache euch ein Angebot. Entweder kriegt ihr die Pappbox oder ihr kriegt die Karten. Wenn ihr dann gewinnt, könnt ihr euch aussuchen. Also. Ich bin da flexibel. Kein Problem. Oh. Oh. Aschnauts Altar. Tishar. Downshifted. Taborax. Downshifted. Oh. Heliot. Ja. Götter gehen immer. Schön. Nice. Ja. Es sind noch so ein paar Playables, ne? Für die Commander-Sammlung. Oh. Medaillons noch gar nicht gesehen. Die sind auch immer gut. Gefäß. Mana Rock in Foil. Nimmt man mit. Dort ist eine nette Auswahl. Ich meine. Ja. Ist eine nette Auswahl, Leute. Wir haben ja gefühlt, die krassesten Karten haben wir ja schon gesehen. Das ist ja. Command Sphere. Ah. Ich muss ja erstmal hier runterkommen. Also. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Na gut. Das Sammlerboost, da habe ich auch nicht mit gerechnet. Also. Einmal Glück auf Maximum geskillt. Setalpa. Na. Geht besser. Commander-Duel. Nehmen wir. Der impulsive Langfinger. Naja. Oh. Wer bist du denn hier? Der Nomade. 3 Mana 2 2. Eine Aura vom Friedhof wieder ins Spiel. Oh. Ist gar nicht mal so schlecht. Gut spielbare Listenkarte. Das ist wirklich nicht so verkehrt. So. Das ist es. Ich habe halt hier die besten Karten hier neben mir gesammelt. Das ist krass. Sehr gut für die Sammlung. Bisschen Ramp. Nehmen wir mit. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Ja. Jojojojojojo. Bankett. Ja. Handy. Kika. Zorn des Windes. So. Gut. Playable. Abgott des Vergessenheit. Ja. Vergessenheit. Mag ich sehr gerne. War aber jetzt gefühlt in den letzten 25 Preconstructed Decks glaube ich drin. Eventuell hat man die schon zu Hause. Avatar des Gemetzels. Oh. Doppelschlag für alles. Das ist gar nicht so schlecht. Aber Moment. Auch für die gegnerischen Kreaturen. Oh. Das ist gefährlich. Das ist eine gefährliche Karte. Könnte ich mir aber auch in einem Deck vorstellen. Oh. Doch. Warum nicht? So. Das vorletzte Booster in der ersten Hälfte. Das war wirklich ein saftiger Start. Ich glaube nicht, dass die... Also ich möchte jetzt hier nicht eure Hoffnungen... Also... Ich weiß nicht, ob in der zweiten Hälfte noch was kommt. Die Quellen. Geil. Commander Duel. Rückkehr. Eldrasi Brut. Mal sehen. Leute. Man kann auch so einen Lotus in den Volllauf machen, oder? Dann könnte er auch noch einen verschenken irgendwie, oder so. Das wäre doch kein Problem. Oder? Können wir mal einen Kommentar da lassen. Würde ich auch einen Doppellotus nehmen? Glaube schon, oder? Blutpranke. Akiri. Das waren ja auch alles mal Rears. Aber immer noch super gut spielbar. Hannah, die Navigatorin. Herzlich willkommen. Ah. Für drei Mana nur zurück auf die Hand. Finde ich ein bisschen teuer. Bisschen teuer. Der Dunstschleier. Und eine Asmade. Aber jetzt nicht so der allerstärkste Abschluss, würde ich jetzt mal sagen. Das war ein ziemlich guter Start. Sehr, sehr gut. Leute. Jetzt kommen die nächsten zwölf. Liegen schon bereit. Da haben wir jetzt genau die Hälfte geschafft. Schauen wir mal. Also Magus des Rades. Würde ich hier auch nochmal nehmen. Wenn dahinter nochmal ein Lotus ist. Ah. Da ist uns eventuell schon so ein Muster aufgefallen, ne? Magus des Rades. Wo bist du? Inga. Edizugo. Nett. Meteor. Der Auslöschen kann man auf jeden Fall in einem Commander Deck spielen. Palastwächter. Ja. Kann man auch spielen. Monarchen-Effekte finde ich immer ganz nett. Aber würde ich fast sagen, die Artkarte war die schönste Karte hier. Oder das Land. Ist auch nicht schlecht. Das Standardland. Aber ne. Da geht noch was. Ne. Da geht noch was. Ich will jetzt in der zweiten Hälfte auch noch ne Kleinigkeit für euch haben. Also ne kleine Kleinigkeit. Ein kleiner Crater-Hoof oder sowas in die Richtung. Das kann man doch auch gebrauchen, oder? Ja. Crater-Hoof. Wo bist du? Ein Squee? Grenzo ist nicht schlecht für die Gobos. Oh ja. Die Commander Spells nebenbei mit. Die sind auch super, super gut. Tödliches Toben. Oh. Das war's. Befehlsmunition. Eldrasi. Äh. Was? Was? Eine Rare? Es war aber ne gute Rare. Da hab ich auch noch ein bisschen was erwartet. Na. Mal gucken. Gebirge. Gegenzauber. Ja. Counter Spells habt dann auch auf jeden Fall genug für die nächsten 10 bis 12 Jahre, würde ich mal sagen. Sollte das eigentlich reichen, was ich hier aufgemacht... Oh. Was ist denn dahinter? Oh. Leute. Die Elfensammlung. Eine Frealease. Geil. Oh. Immer gern gezockt. Aber auch... Ja. Hab ich schon. Alles richtig gemacht. Helm des Champions, Leute. Nicht... Oh. Toxic Deluge. Oh. Die guten Playables kommen aber rein. Ihr Counter Spell. Jetzt habt ihr noch einen Voll-Counter Spell dann. Also wenn ihr das Giveaway gewinnt. Tut mir natürlich nur leid, dass da nur eine Person ist. Aber... Mehr Displays hab ich leider nicht. Dann wird's auch für mich ein bisschen zu teuer. Das war noch gesponsert. Und das gebe ich sehr gerne weiter an euch. Elfenmystiker. Schön. Haben wir noch nicht gesehen. Ist nicht verkehrt. Oh. Die Mana-Artefakte. Kleiner Bohnenriese. Kleiner Riese. Kleiner, großer Riese. Ein Rohrex. An der Fenster. Kombo-Enabler. Das war noch... Das waren drei... Nee. Du warst eine Rare. Du warst eine Rare. Draco ist immer noch eine Rare. Tooth and Nail. Geil. Mein erstes Extended Deck hat das damals gespielt. War noch eine kleine Anekdote von damals. Das ist nämlich ungefähr 20 Jahre her. Ja. Ich spiel jetzt über knapp 22 Jahre. Doch. Das müsste so vor 20 Jahren knapp sein. Als Merodin rausgekommen ist. Erster Print war ein Merodin. Und dann Tooth and Nail. Das war das damalige Tron-Deck quasi. Ich glaub die Tron-Länder waren 8. Edition. Es war ein vor Merodin. Wenn ich das richtig im Kopf hab. Und dann ja. Für 9 Mana. Man hat noch nicht mal sofort das Spiel gewonnen. Man hatte Darksteel, Koloss und Kiki-Jiki. Es gab nämlich keine Kreatur, die mit Kiki-Jiki eine Infinite-Kombo macht. Deswegen konnte man entweder nur 11-11-Eile quasi rausholen. Kiki-Jiki plus ein 11-11-Koloss. Und dann gab's Mephidross-Vampir plus Triskelion. Damit konnte man alle Kreaturen der Gegner abschießen. Oder Platin-Engel plus Leonin-Ibunas quasi plus Shroud oder Hexproof war das, glaub ich. Also der Platin-Engel kann nicht mehr angezielt werden. Man könnte auch quasi einen Klon nehmen mit einem Platin-Engel. Da, toll. Tolle Erinnerungen. Klingmeisterin. Hieb der Wanderin. Und ein Kekler. Warum bist du denn auf der Liste? Rakthos. Was? Da hab ich mir jetzt aber hier Tooth-and-Nail-Szene und Kallenmeer gefreut. Das war ein geiles Deck. So schön Tron-Mana-Base. Tooth-and-Nail. Die Kreaturen-Toolbox. Das war ein schönes Deck. Das hat Bock gemacht. Extended. Falls euch Extended nichts sagt, das ist dann... Moment. Moment. Was ist... Modern ist das später geworden. Fahrt der Ahn. Gefolge. Ja. Ja. Und nette Hymne. Ich meine, die sind alle irgendwie playable, die Karten. Ja, die sind nicht alle playable. Aber... Da sind ein paar nette Karten schon immer mal dazwischen. Endrexan. Der Meisterzüchter. Ach, das bist du mit den Thrills, ne? Hm. Oh, kann man gut im Sacrifice-Deck spielen. Funktioniert. Vorherrschaft der Sippe. Boah, bestimmt mal... Oh, die ist auch nicht schlecht. Nicht schlechte Einzelkarte. Ist jetzt nicht meine Favorite Commander-Karte, weil sie einfach nur stark... Also stark ist es ja jetzt nicht so... Hat nicht die krasse Synergie. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich würde... Mehr für einen legendären Sliver quasi investieren wollen. Oder gleich viel investieren. Und ich bin dann mit einem Sliver, der quasi Flavor und Effekte gibt, zufriedener als mit so einer Karte in meinem Deck. Aber das ist eine Karte, die man in der Sammlung haben kann. Falls man das Deck noch ein bisschen aufpushen möchte. Also ein Tribal-Deck mit Schwarz. So, Shilob. Im Shilob-Spinnendeck oder so. Wirklich stark. Agentum-Armor noch dahinter. Nicht schlecht. Oh ja. Das war doch nochmal ein ganz nettes Booster, würde ich mal sagen. Gucken wir mal. Wir haben noch... Mit dem Sieben. Oh. Der Zorn. Das waren alles mal Rare-Karten. So krass. Bastionen. Die waren nie Rare, aber gute Karte im Limited. Belsenlock. Joa. Joa. Krake. Sturmflutkrake. Geht aber noch was. Lotus. Falscher Lotus. Falscher Lotus. Also... Ganz klar der falsche Lotus. Den hatten wir ja schon. Ey, so ein Lotus... Der Lotus, der vergoldete Lotus ist aber auch nicht schlecht. Das ist ein solides... Sehr solides Mana-Artefakt. Den kann man schon zocken. Alles was glänzt. Im alternativen Artwork. Auch nicht verkehrt. Oh, viele rote Karten. Oh, das ist es. Ist es, das ist es. Booster. Oh, Streitkolben. Ich denke mal, hier geht's los. Der war mal ne Rare. Ne, hier gehen erst die Ankammen-Karten los. Immer noch nicht. Ah, schönen Commander-Duel. Sehr gut. Chainer. Boah, die habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ich glaube... Wann habe ich ihn denn mal gesehen? Alter Frame. Wann habe ich das letzte Mal in Chainer gesehen? Torment war der, glaube ich, ne? Äh, wohl lange her. Und nochmal ein Random-Dino dazwischen. Avatar der wachenden Sonne. Er ist nicht verkehrt. Verstoß gegen die Etikette. Oh, stachel alles an, was du nicht kontrollierst. Das ist aber spielbar. Schlagring? Aber joa. Leute. Die Top 5. Meine Stimme verabschiedet sich schon so halb. Das war zu aufregend für mich. Das war zu gut. Das war zu gut. Ulamox ist schlechter. Ja, denn Ulamox hatten wir ja auch schon. Also ich meine, es waren jetzt wirklich noch ein paar nette Add-ons. Aber die krassen Booster waren wirklich am Anfang. Aber trotzdem. Overall, würde ich jetzt schon mal sagen, war das ein ganz gutes Display. Ogerfürst? Ich meine mit einem Teferi. Abwehrender Schlag. Nochmal so ein Commander-Spell. Doch. Doch. Ja, das Insect nicht so. Aber hier mit dem Schlag. Teferi? Oh, ja. Da kommt doch noch was, Leute. Komm. Top 4. Komm. Noch eine Überraschung. Großzügiges Geschenk. Ja, ich hoffe, das Geschenk ist großzügig genug. Jo, lasst dann mal gerne Feedback da, ne? Leute, ob das angemessen war heute. Ich hoffe, ja. Oh, Selvala ist auch ein geiler Commander für grüne Decks. Einfach nur Kategorie, einfach nur stark. Kann man gut spielen. Medaillon dahinter. Yisan auch gut playable. Oh, nettes Booster. Hab da direkt einen grünen Commander. Ganz entspannt. Macht da Lotus, Zug 1, Selvala. Dann eine Kreatur dahinter. Ist eine gute Eröffnung. Oder so ein Urza. Zug 2 Urza. Ist auch nicht schlecht mit dem Lotus. Oh, kann man mal machen. Fahrt der an. Das drittletzte Booster. Oh, das ist immer ganz schön viel Flyer und Anti-Flyer. Kleine Spinne dazwischen. Die Klinge war auch mal rare. Lehrling. Alharu. Der Patriarch. Geralf der Leichenflicker für die Zombiesammlung. Loyale Gefolgsleute. Moment. 3 Mana 1,1 Opfern. Kann man eine legendäre Kreatur wiederbeleben. Aktivieren nur. Bevor... Ah, erste Hauptphase quasi. Kann man das nur machen. 3 Mana was wiederbeleben. Das ist nicht schlecht. Ey, kann man sofort spielen. Geile Karte. Nicht schlecht. Eine Nachtklinge? Ja. Okay. Leute, Top 2. Haben wir noch was? Ich meine... Ich meine... Ich glaube... Ich glaube, ich kann den Inhalt von diesem Display mit gutem Gewissen weitergeben. Das sollte doch in Ordnung sein. Aber... Das große Finale. Ariel. Kasul. Ha. Morophon. Ist, glaube ich, nicht der schlechteste Treffer, oder? Die Porträt-Variante. Das grenzenlose Etwas. Ey, nehmen wir noch mal mit. Nein. Hohoho. Treffer. Vorletztes Booster. Leidenschaftlicher Schutz. Extended Art. Ey, Leute. Ja, Sepalter. Ah, Treffer. Noch einer. Richtig gut. Rückgewinnung. Wächter. Ja. Uh. Den Schutz legen wir noch mal oben drauf. Komm. Den Kollegen auch. Hab ja noch mal eine kleine... Die kleinen Highlights rausgesucht. Es ist einfach nur zu krass. Leute. Was ein geiles, geiles Display. Ich verpacke das quasi sofort. Wenn das Giveaway abgelaufen ist, zack, schicke ich euch das direkt rüber. Zum Abschluss. Inferno Titan. Die Transformation. Prompte Antwort. Und ein Path. War nicht ganz so stark. Aber overall zusammengefasst, würde ich sagen, ein wirklich, wirklich gutes Display. Ja. Der Kollege ist noch mal so. Just for fun dabei. Der Schutz zum Abschluss. Noch mal ein bisschen das nach oben gepusht. Wir hatten Urza. Wir hatten Ulamog. Wir hatten den Lotus. Und wir hatten die Doubling Season. Und natürlich haben wir noch einen Haufen andere Karten. Extra für euch. Wie gesagt. Ah, Karten. Es ist alles dabei. Ich hab alles schön gestapelt. Alles hier. Alles für euch. Leute. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wie gesagt. Gerne Kommentare da lassen. Ihr könnt auch mir gerne eine Frage stellen. Hinterlasst mir doch mal ein, zwei Fragen. Irgendwas. Magic Related. Oder was euch einfällt. Leute. Mal ein bisschen Konversation unten. Da pushen wir mal ein bisschen das Video. Da würde ich mich wirklich freuen. Denn das hat bei dem Sammlerbooster Video so gut geklappt. Und ja. Habt euch nur verdient, Leute. Das ist hier dann für euch. Heute im Giveaway. Ich glaube, da haben wir einen netten Bonus gehabt. Wirklich einen netten Bonus. Ich packe das jetzt zusammen. Und ja, Leute. Würde ich sagen. Wir sehen uns im nächsten Video. Boah. Macht euch noch. Boah. Ich bin komplett durcheinander. Leute. Macht euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr hier zuschaut. Jetzt aber. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.